hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft ja wir brauchen jetzt zäune und dafür gehen wir jetzt mal schnell ins häusli werden uns mal eben ein paar zäunchen machen dann nehmen wir jetzt einfach mal ja jetzt nehmen wir mal unser truppenholz würde ich sagen die erde brauchen die müssen wir gleich mal abliefern dann machen wir jemals schon ob man da schocken sondern ganz viele müssen wir jetzt hier mal nehmen wir mal so 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 dann haben wir ganz viele zäune dann machen wir mal eben was so was haben wir jetzt haben wir 32 zäune da müssten wir ja aber mindestens zwei tore zwei stück wir brauchen nur eins wir brauchen nur eins so da brauchen wir auch nicht kommt so jetzt haben wir jede menge zäune jetzt müssen wir mal eben in unser lagerhäuschen da haben wir nämlich auch noch ein paar zäunchen so so tür auf wo haben wir es hingelegt da ist es so da haben wir nur 8 240 und noch ein tor wo ist ein tor da so zwei tore so dann machen wir das mal eben schnell und so von pulle kommt steve lauf jetzt so so mal gucken so das war wieder das war wieder nichts so 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 brot jetzt mal nicht so dann fangen wir am besten hier an so dann machen wir hier das tor hin ja komm so so einmal dann können wir hier ein für die fischer und das selber machen wir dann hier auch so schön symmetrisch und da kommt hier das andere tor rein zack so dann müsste das ja eigentlich schon passen hoffe ich zumindest wo wir könnten ja auch ein ich habe noch was anderes vor aber hier draußen nämlich auch noch so ein kleines jeter da brauchen wir aber mehr da wir haben ja mal ein bisschen mehr zäunchen macht drei jahren und und du kriegst nicht dahin die höchste gar nicht hin und schnell müssen dann noch ein tor einbauen oder passt ja sogar diesmal so dann haben wir da auch noch was da können wir auch was machen müssen wir hier das reicht natürlich nicht so genau da müssen wir noch einen höheren dann können wir dann noch so ein vordach dran zimmern entschuldigung hatte ich mir jetzt mal so überlegt kann man denn hier gebaut alter schwede was sind das schon wieder für ein kack das ist ja alles wieder krumm und schief ja ich glaube das ist ja nicht ganz falsch dann müssen wir das erstmal wieder weg machen müssen wir einen noch nach vorne kommen das reicht natürlich mal wieder nicht wenn wir so bauen so jawohl bis hierhin so schwupp jetzt ist das symmetrisch ne ja so okidoki dann hätten wir das schon mal so halbwegs hier hätten wir das ein theoretisch die dn könnten wir ja hier etwas 1 2 3 4 5 8 können wir hier endlich noch ein fensterchen wie sieht das aus ja das ist dann ganz okay das sieht doch schon mal ganz fesch aus dann haben die tiere auch genug licht weil das ist ja wichtig so jetzt müssen wir mal gucken jetzt wollen wir noch ein paar zäune so gucken dass wir im blick so dann haben wir noch mal zwei schwule die boh und dann müssen wir mal gucken dass wir hier noch ein paar zäunchen machen wir jetzt vier dann haben wir sechs dann kriegen wir keine mehr da fehlt uns ein stick ok sechs zäune sollte aber glaube ich reichen um so hoch zu kommen das war so dass wir das schon mal machen können jetzt überlegt wie machen wir das vordach dafür wenn diesmal ein bisschen was anders bauen ich glaube ich hier raus oder so haben wir sechs stück 36 36 slabs da haben wir da welche von müssen wir noch ganz schnell ins lager flitzen hier war ja da sind sie noch eine so viel ich komme sagen wenn wir jetzt mal schauen dass wir das mal eben so wird so mal eben fertig zu machen zumindestens so wenn wir jetzt mal schauen dass wir das mal eben so wird so mal eben fertig zu machen zumindest so jetzt machen wir hier erstmal tor rein halt was ist jetzt los so blub blub so dann kommt da auch ein tor rein und hier kommt dann kann man da auch noch ein paar tierchen rein tun dann machen wir hier noch ein stückchen drauf und da ein stückchen drauf und dann brauchen wir eben ein bisschen erde sonst passt das nicht was ich vor habe da müssen wir eben hier ja so und dann tun wir da noch einen drauf dann passt das von der höhe her guck mal ob das passt ja das passt super ok dann hätten wir das so weit dann müssen wir da jetzt mal eben die slabs noch nehmen ok 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 oh nee das passt nicht was ich da vor oder doch das passt so jetzt machen wir das hier jetzt mal jetzt zwei drauf dann können wir das eigentlich schon ganz toll verbinden indem wir das jetzt hier so ziehen da werden die slabs wahrscheinlich nicht reichen aber das ist ja nicht so schlimm jetzt machen wir erst mal den anfang ich doch das ist nicht so schlecht aus mit dem holz so jetzt gucken wir mal eben von vorne an ja das kann man glaube ich schon mal so lassen ja der himmel ist jetzt ziehen wir das noch durch das passt natürlich wieder alles nicht mit unseren slabs aber ist ja nicht ganz so schlimm da können wir noch ein paar machen aber sieben stück okay wie sieht das aus ja das doch das wird glaube ich schon mal ganz nett müssen wir nur noch schauen dass wir noch ein paar slabs machen machen wir haben ja glaube ich noch ein bisschen trofenholz oder was zuletzt machen ja so viel wollte ich jetzt nicht machen dann haben wir jetzt 30 stück ja die lassen uns jetzt mal gut sein ich glaube 30 stück kommen mal hin sondern man ist eben noch fertig das dach das vordach doch ganz gut aus passt nicht jetzt müssen wir es von hier machen so hätten wir das dach schon mal soweit fällig das vordach ja damit unsere tierchen auch nicht nass werden so jetzt ist fertig jetzt haben wir das dach fertig super ok dann haben wir das und dann lassen wir das auch erst mal so dann ist das ja doch 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 das sieht gut aus finde ich jetzt jetzt müssen wir uns doch was hier einfallen lassen mit dem boden bis hier vorne hin irgendwie oder da drin was war da machen aber ich denke mal da wird uns doch was was passendes einfallen und das dach müssen wir noch auf die scheune drauf ballern ich glaube da werde ich dann auch das tropenholz nehmen müssen wir mal schauen okay dann würde ich sagen wir geben uns jetzt erst mal ja schauen wir uns das mal von der seite an okay ja das sieht gut aus